Okay, Freunde, wir gucken, du lachst, du verlierst, rein da. Geht's Nussrett, Bruder, vertrau mir. Ey, Digga, dieser Nussrett ist so overrated. Digga, was macht der da? Digga. Was ist das für ein Scheiß? Sie, MG, dieses Block betrügt gerade 100%. Die Jungs und dich währenddessen... Digga, ich schwöre. So, am Ende. Die Jungs leben einfach wie in GTA. Oh, hell, Jesus. How far from me? Wie ich mich an meinem ersten Arbeitstag verhalte. Oh nein, die Pizza. Oh mein Gott, Digga. Der kleine Feine liebt es geduscht zu werden. I'm told all the time that my job must be so fun because I get to play with dogs all the time. But this dude has been screaming the entire day. Oh mein Gott, Digga. Du fährst in Nürnberg mit dem Bus. Ey, du da hinten, du Affe. Komm mal vor, zeig deine Fahrkarten. Meinen sie mich? Komm mal vor, zeig deine Fahrkarten. Ja, wer ist denn hier noch so ein Acht-U-B-H, der ****? Komm her. Digga, hä? Der Weishunger hatte gerade kurz gekickt bei ihm. Was ist das bitte für ein Ehrenbauer, der Typ? Er hat einen Bus gegessen. Hey, wer hat sich gefragt, was hier immer so hinter ist? Ich geh jetzt einfach rein, weil man mit Kessiger... Ich schwöre, ich war noch nie so in Lager oder so. Ja, wie... Hallo? Warum geht der so weit rein? Digga, reicht doch. Digga, der sperrt den da ein. Der Arme wurde kurz geduscht. Der hat gar keinen Bock, Digga. Der Bruder bringt den krassesten Abgang jemals. Er macht Outro. Auf Wiedersehen, Jordan. See you next time. Das ist ein Banger. Wenn ich gefragt werde, was ich in den Ferien so gemacht habe. Iiih, Digga. Der Bruder ist... Wie hast du mitbekommen? Wie hast du mitbekommen? Der ist am scheißen. Der hat 30 Sekunden gerade gekackt. Wir sind hinter mir, also wir sind sicher. Der wird, glaube ich, nicht sicher sein. Baby, krass... Krass, kleine Baby! Oh mein Gott, ich kann keine Arsch bespielen. Wenn mir nach 400 Kilometern einfällt, dass ich meinen Reisepass vergessen habe. Oh mein Gott. Lass halt, nehm ich zu mir sachen! Nehm ich zu mir rauf, einfach mal! Digga! Nehm ich zu mir bei Ihnen was an! Geil! Oh, Digga, 33 Grad in den Bergen am Wandern. Es ist so heiß, ne? Digga, was macht der hier? Digga, wie safe! Jedes Mal, wenn zwei Brüder sich streiten... Hör auf zu quatschen! Komm raus! Hör auf, Bruder! Kein Bock mehr auf deine Platzaxt! Komm raus, Bruder! Hör auf zu quatschen! Komm, 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 komm! Wie so ein Motor, der Brummt, Alter, nicht anspringen wird. Wohin kommt, komm, wohin? Wohin? Und wieso? Wohin und wieso? Weshalb? Warum? Ist das scheiße? Was ist denn bitte mit MikiTV passiert? Dicker Rutsch! Einfach Miki! Oh mein Gott! Der Bruder dachte kurz, er träumt. Das ist ne Banane, Digga, aber einfach Wurst! Digga, er hinterfragt ganze Leben gerade, es zieht an ihm vorbei! Digga! Hä? Also, hä, der pisst da hin! Oh, der Schwan kommt, wenn der pisst! Das ist nicht gut! Bro, Bro, hinter dir! Oh mein Gott! Paul! Paul! Digga, hä? Wieso antwortet er mir jetzt nicht? Ich währenddessen alleine zu Hause. Ja, brah! Ihr müsst ganz in meinem Haus! Hahaha! Digga, was macht der? Ihhh! Hast du gesehen? Ihhh, Digga! London, geisteskrank! Zu krank! Chicks! Gangs! Weißt du? Aber, Bro, ich hab ein paar, paar Business-Ideen. Erzähl mal, man! London, ein hinter uns! Hä? In diese Gondel! Hä? Mal eine Shisha-Baufe! Was laberst du? Ja, ja! Ich kann! Ja, ja! Einfach Shisha-Baufe aufmachen! Klappt immer! Oh, na, okay! Bruder, Schena, Geistkrank! Wir haben PS5 gebaut! Zug, oder? Sie haben PS5 gebaut! Zwei Leute mit Ballern! Und Klaufe! Aber, Bruder, ich hab ein Baller-Business-Ideen! Ja? Der ist jetzt ein Shisha-Baufe! Ja? In den Häuschen drinnen! Ja? Mit Ess-Stäckchen! Shisha-Kaffee! Ja, ja! Ja, ja! Jetzt geht's los, Digga! Aber ich hab noch ein extra! Erzähl dir! Mit Snacks, Fledermaus! Was laberst du? High Society! Corona, aber na, komm! Der ist, äh, bisschen, äh, was soll ich sagen? BioW, du fliegst nach Meile und triffst einfach Haarland-Aufisch! You just wasted my time, you're on time! I want you on time! Oh, Digga! Der sieht echt aus wie Haarland! Dinger, hä? Warum sieht der aus wie Haarland? BioW, du verbrennst dich beim Tanzen am Wasser! Oh, Digga! Nimm deine albanische Mutter, Hobbs, und filme ihre Reaktion! Also, Mama, ich hab eine Frage an dich! Was würdest du eigentlich machen, wenn ich eine Freundin hätte? Ist sie Albanerin? Nein! Ist ja egal! Hast du Jambalamba gemacht mit der? Jambalamba? Nein! Bring sie morgen! Morgen zu mir! Wird geheiratet! Hast du? Morgen! Wird geheiratet! Der Arme! Ist sie verrückt? Ich bin nicht verrückt! Jambalamba heiraten! Gibt nichts! Warte mal, die hat mir gerade... Gerade hat die mir sogar ein Audio gemacht! Willst du mal die Stimme von der Herren? Ja! Wenn du auch Bilder hast, ja! Ich zeig die Stimme! Ich hab ihn ja eh mit Auto verbunden, dann kannst du... Hör mal die Stimme von der ist... Ist gut! Ich stelle mir gerade so vor, wie du ähm... Ausrastest! Ja, Dings, ähm... Ich hab meine Mutter gefragt und... Komm, du schuzen! Ja! So, das ist diese fake Audio! Guck mal, wie die guckt! 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 Ich dachte, was hat der denn da jetzt für eine geangelt? Scheiße! Kannst du bitte aufhören, Typen zu daten, die... Nein! Nein! Haha! Ich kenn das! Das hab ich geliked! Das ist ein Bagger-Tippo! Sieht einfach jede Berufsschule aus! Das ist ehrlich so! Keiner macht mit! Standard! Jeder im Handy Klo! So wird das was! Der Bruder hatte auch bisschen Hunger! Oder was ist das für ein Vieh, Digga! Wer ist er denn? Ja, der streichelt den, Digga! Ihr Jungs, glaubt mir, ich hab ne richtig geile Idee... Was passiert da jetzt? Hände! Hände, Hände! Du raubt mir meinen Verstand. Hä? Oder was? Ich check gar nicht mehr. Digga, Praktikum wird man nur geknechtet. Digga, was passiert da denn? Einfach Beyblade. Digga, hä? Warum dreht sich das so lange? Digga, hä? Muss das nicht irgendwann aufhören? Das kommt ja auch überall dagegen. Warum dreht sich das noch? Das müsste doch schon längst umgefallen sein. Jetzt ist aber Feierabend. Ja, jetzt ist es vorbei. Ey, Digga. Bänger Video. Es war echt funny. So wie ich ein geiles Video. Kann man nicht anders sagen? War bei Memes immer geile Videos? Gib ein Like. War lustig.